Realitätslog 1987. Wieso ist jeder Dschungel in jeder Realität voller Giftschlangen und komischer Raubtiere? Egal. Es ist die Mühe wert, solange ich Maeve finde. Die Leute hier nennen sie Wildherz. Das ist eine Art Begriff für eine Gestaltwandlerin. Angeblich haben die Götter ihr drei Gestalten gegeben. Hi, Harpie und... Oh, scheinbar hat keiner lange genug gelebt, um die dritte Gestalt zu sehen. Das wird lustig.